Was ist Rebound-Übung? Das Rebound-Training, auch als Rebounding bezeichnet, ist eine Art Low-Impact-Training, das normalerweise auf einem Mini-Trampolin oder einem Reboonder durchgeführt wird. Rebounding wird von vielen Fitness-Experten empfohlen, die behaupten, dass sie sowohl kardiovaskuläre als auch lymphatische Gesundheitsvorteile bietet. Experten halten es auch für ein bequemes Training, das von fast jedem durchgeführt werden kann, unabhängig von Alter, Fitnessstufe oder körperlicher Verfassung. Einige übliche Beispiele für Mini-Trampolin-Übungen sind Joggen an der richtigen Stelle, Sprünge und Knielifte. Wie andere Formen von Aerobik-Übungen bietet auch das Zurückprallen in der Regel ein effektives Herz-Kreislauf-Training. Einige Experten führen einen zusätzlichen Vorteil von Rebound-Übungen an, sie behaupten, dass sie auch das Lymphsystem stimulieren und den Körper von bestimmten Toxinen befreien, indem sie lymphatische Flüssigkeiten zirkulieren lassen. Sie behaupten, dass diese lymphatische Stimulation häufig dazu beitragen kann, einige Symptome zahlreicher Gesundheitszustände zu lindern, die von Allergien über chronische Müdigkeit bis hin zu Arthritis reichen. Ein weiterer Vorteil des von Fitness-Experten genannten Reboons ist, dass es sich um eine Übung mit geringen Auswirkungen handelt. Die Federn des Rückpralls absorbieren Stöße und verringern theoretisch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person an den Knöcheln oder Knien verletzt. Es wird auch angenommen, dass Rebound-Training sowohl die Flexibilität als auch die Ausdauer von Menschen erhöht, die einem beständigen Trainingsprogramm folgen. Viele Leute behaupten auch, dass das Abprallen entspannend ist und ihren Stress reduziert. Rebound-Training ist in der Regel für Menschen jeden Alters- und jeder Fitnessstufe zugänglich und stellt im Allgemeinen ein bequemes Training dar. Menschen können fast jederzeit trainieren, zu Hause oder an einem Ort, an dem sie ein Mini-Trampolin tragen können. Für das Rebound-Training ist normalerweise keine andere Ausrüstung als das Mini-Trampolin erforderlich, obwohl sich einige Leute dafür entscheiden, mit Handgewichten zu trainieren. Zur Vorsicht raten einige Mediziner, dass ein Rebounding zwar einige allgemeine gesundheitliche Vorteile bietet, aber nicht unbedingt zu einem drastischen Gewichtsverlust führt. Darüber hinaus erfordern einige Rebound-Übungen möglicherweise mehr Gleichgewicht und Koordination als andere. Die meisten Trainer meinen, dass Anfänger langsam anfangen und zu einem einfachen Absprung zurückkehren, wenn eine Routine zu kompliziert wird. Wenn jemand die Grundlagen der Verwendung eines Reboons beherrscht, kann er oder sie Handgewichte für zusätzlichen Widerstand hinzufügen. Die meisten Reboons bieten eine Vielzahl praktischer Funktionen. Sie haben typischerweise unterschiedliche Gewichtskapazitäten und viele sind mit Stabilisatoren erhältlich. Einige Reboonder sind zur Aufbewahrung und zum Transport mit Schutzkoffern mit Rädern ausgestattet. Sie werden normalerweise sowohl in Einzelhandelsgeschäften als auch von Online-Unternehmen verkauft. Weitere Informationen erhalten die Benutzer in der Regel online über kostenloser Trainingsroutinen für das Rebounding. Rebound-Übungsbücher und DVDs sind auch in Geschäften und online erhältlich.